Um den Beckenboden vernünftig anspannen zu können, ist es sehr hilfreich zu wissen, wo er überhaupt liegt. Der Beckenboden ist eine Hängematte, die im Becken das Becken nach unten hin verschließt und die Organe hebt und trägt. Wir haben drei unterschiedliche Schichten im Beckenboden. Die tiefste Schicht, also die, die am weitesten oben im Becken liegt, ist das Diaphragma Pelvis. Diese Muskelschicht wird gebildet durch vier verschiedene Muskeln, die wir hier einmal farblich sehen, in Blau, in Gelb, in Pink und in Schwarz. Das ist der sogenannte Levator Ani.